Derbysieger, Derbysieger, ey, oey, Derbysieger, Derbysieger, ey, oey. Ja, meine Freunde, Rot-Weiß-Essen gegen Preußen Münster gestern Abend an der Hafenstraße, dritte Liga, Westderby-Time, boah, das war eine kranke Atmosphäre, das war einfach geil. Und so wollen wir das sehen an der Hafenstraße, Stimmung pur, also das muss ich sagen, Freunde, das war eine 100 von 10, muss man ganz ehrlich sagen. Es kommt ein kleiner Stimmungsvlog und würde mich natürlich freuen, wenn euch das natürlich gefällt. Macht gerne ein Herzchen weg oder bei YouTube gerne ein Plus weg, würde mich natürlich freuen, wenn ihr gerne mehr sehen wollt. Ich mache ja in der Regel Stimmungsvideos an der Westtribüne und ja, also gestern war absolut krank geil, muss man sagen. In dem Sinne, nur der RW, bis demnächst. ... ... Wer kommt gut! Wer kommt gut! Jakob Gold, Jakob Gold, Jakob Gold, Jakob Gold! Scheiß Preußermünster! Scheiße, 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 Scheiße! Diese Mannschaft, die mit Drift zu dämmeln, den ersten Sieg der Kuh, die Schwerende der Kuh, der Kuh, der Kuh, der Kuh! Essen! 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 Die Stimme! Die Stimme! Die Stimme! Die Stimme! Und das ist uns für die Sitzung, die so mit der Stimme aus mir hat, die für die Ereignisse und die Gestaltung ist dieser großen Zeit. Hey! 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 Es geht schon wieder los! Scheiß-Preuße-Mützer! Wir singen Scheiß-Preuße-Mützer! Scheiß-Preuße-Mützer! Wir singen Scheiß-Preuße-Mützer! Scheiß-Preuße-Mützer! Scheiß- Heute-R salter! Alles am Frech namische. Wir singen Scheiß-Preuße-Mützer! Das ist ein Schl belang. Nein, Wort. Wir singen Scheiß-Preuße-Mützer! Ich singen Scheiß-Pchoß. Ich singen Scheiß-Preuße-Mützer. Ich singen Scheiß-Preuße-Mützer! � 1 1 2 2 2 3 3 4 4 5 4 4 5 سے 4 Olle, olle, olle! 3,000! 3,000! 5,000! 2,000! 1,000! Ssant!